Ich nehme einfach mal einen kleinen Einspieler rein. Es zeigt sich, hier ist das ältere Geschwisterkind, die Anna Ude. Das ist die Ermutigung, wie das geht, das erkläre ich Ihnen gleich noch. Steht uns der Schweiß auf der Stirn, Angstschweiß ist ja ein bekanntes Wort. Also für mich war das nie wichtig, weil viele sagen, zuerst möchte ich mich verwirklichen. Ich dann mich der Situation stelle, sage, okay, ich ziehe das von Anfang bis Ende durch. Okay, im Flugzeug kann man nicht aussteigen gerade. Oder man sagt es auch untereinander, ich gehe an die Front. Zum Schluss mal eine andere Sichtweise noch. Wir kennen ja weitestgehend alle. Eine ganz neue Situation, das heißt, ich bin wieder der Unterlegene. Ich bin sehr zufrieden mit meinen Eltern. Als König, alleiniger König in der Familie, wie fühlt man sich da? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und ich bin sehr zufrieden mit meinem Eltern. floor& matt